Oh, erst mal voll den Boden mitgenommen. Ja, ja, ist ja gut. Immer mit der Ruhe. Oh, da ist nix davon. Ähm, wo finden wir denn jetzt hier am schnellsten Kupfer? Wieso sind denn hier nirgendwo Steine? Wo ist die Seemotte? Da. So, ab zurück zur Seemotte. So, fahren wir mal ein Stück weiter. Gucken wir mal hier irgendwo noch was finden. Äh, hier sieht schlecht aus. Was machen die denn da? Lass mich in Ruhe. Am Grand Reef? Okay. Na, dann fahren wir mal zum Grand Reef. Schauen wir mal da vorbei. Du dachtest, so ein 16-Kerner wäre nicht schlecht für einen Dedicated Server, wo halt fünf bis zehn Games drauflaufen. Ja, dann brauchst du aber auch erst mal eine Maschine dafür. Willst du den zu Hause stehen haben? Hier können wir auch mal kurz versuchen. Blei. Dann. Silber. Oh, bisschen Kupfer. Ist doch alles da. 30 Sekunden. Du willst den Server zu Hause hinstellen. Hast du denn auch genügend Upload, um die ganzen Leute zu versorgen, wenn die da drauf zocken? Ach so, das sind diese Tannenzapfenteile. Warum sind hier nirgendwo Steine? Oh, hier geht's in eine Höhle. Guck mal hier. Huhe. Fahren wir doch mal rein hier. Hm. Warnung. Maximum Depth reached. Hull Damage imminent. Fast gegen die Wand gefahren hier. Also hier ist nichts mit Steinen. Hier ist nichts mit Steinen. Ich fange gleich an zu weinen. Ein Diamant. Da sind Steine. Guck mal da. Da sind ein paar. Hier ist doch alles, was wir brauchen. Hier ist doch alles, was wir brauchen. 30 Sekunden. Jo. Oxygen. So. War das hier unten? Guck mal hier. Guck mal hier. Ist doch auch nicht schlecht, ha? Dachte ja nicht, Inventar. Ha, ist noch ein bisschen Platz. Quecksilbererz. Quecksilbererz. 30 Sekunden. Ah. Mach ich. Halt. Oxygen. Hallo. Ein klein bisschen Platz haben wir noch. Ich würde sagen, wir tuckern hier nochmal raus. Oh, sind auch noch Steine. So. Scannen. Oh, ist schon gescannt. Den habe ich noch nicht gescannt. Hier, den Komi. Gammelfisch hier. Oh, mein Schatz. Oh, mein Schatz. Kann ich jetzt auch schon. Hau ab. So. Blödes Vieh. Da kommen wir. Tucka mal nach Hause. Ist doch schön. Kannst du nach Hause tuckern, dann kommst du voll geladen an. Mit dem Solarpanel auf dem Dach. Ja, das geht schon. Dann brauchen wir extra zu gucken. Das ist sowieso. Die Ressourcen sind sowieso in ein oder zwei. In zwei oder drei verschiedenen Steinen drin. Es gibt ja Sandstein. Es gibt Basalt. Es gibt Kalkstein. Es gibt Schiefer. Und ich glaube in, wie war das? In Basalt. Ist auf jeden Fall Gold drin. Oder wie war das? Ich weiß das gar nicht auswendig genau. So, ab in die Kölsche Heide. Guck mal hier. Schon sind wir wieder daheim. Mit Leck. Sehr gut. Die Signale könnten wir wirklich mal ausblenden. Das stimmt eigentlich. So, das ist die Rettungskapsel, ne? Signalboje. Neue Base. So. Alles klar. Verwendest immer den Suchraum. Okay. Okay. So. Äh. Ja. Was wollte ich denn machen? Noch ein Computerchip, ne? Brauchen wir einmal Draht für. Zweimal Tischkorallenprobe und Gold. Haben wir kein Gold gefunden? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wir haben alles außer Gold gefunden. Ach du Scheiße. Äh. Wir haben tatsächlich alles außer Gold. Scheiße. Mist. Na dann. Mal gerade überlegen. Wo finde ich denn jetzt Gold? Gold müsste es doch hier geben. Emergency. Severe. Dehydration. Detected. Seek Fluidintake immediately. Siehste? Also ein Kalkstein ist meistens Kupfer drin. Kalk. K wie Kupfer. Und hier das ist Sandstein. Da ist Gold drin. Ah. Nichts wie weg hier. Auf der Insel gab es früher Gold. Aber es kann gut sein, ja. Boop, Boop, Oxygen. Oh. Heiland. Sack Zement. Ein Eimer voll Kalk. Nie hab ich Luft. So kann man das auch machen. Einfach mal 30 Meter aus dem Wasser springen. Tief Luft holen. Und direkt wieder abtauchen. Sehr gut. Hab ich auch noch nicht oft geschafft. Halt. Ja, mit dem Titan. Okay. 30 Sekunden. Hä? Achso, das ist ein Stationsfragment. Machen wir das nochmal. Club. Och, Basalt. Was ist denn hier nirgendwo Basalt? Oh, scheiße. Ja, ist ja gut. Ich fahr ja schon heim. Männchenskinder. Jetzt bin ich doch tatsächlich 400 Meter von der Motte weg. Hallo Tom, sie 81. Äh, 71, sorry. Warte mal, hab ich nicht noch hier irgendwie so eine Flasche Wasser? Einsteller umschnitt. Ja, Mensch. ich werde so drauf gehen das war jetzt echt gut ich hab sie schon im inventar oh direkt wieder zulöten das ding so gucken wir mal ob wir jetzt ob wir das jetzt hinkriegen hier ich mach mal das titan gerade hier rein wo doch hingehört und das hier holen wir mal gerade da raus machen wir das auch mal da rein ähm so wir haben hier wir haben einen chip wir brauchen noch ein chip oder wie war das jetzt muss erstmal gerade gucken was wollten wir bauen wir wollten wir wollten wir waren wo sind das ganz oben da kommen die ganzen fische hä wo ist das prawn gedönse denn ausrüstung werkzeuge konstruktionswerkzeug prawnanzug modifikator fahrzeugerweiterungen ah ja so fahrzeugerweiterungen ist das äh wir wollten den hier bauen ne den greifhakenarm wobei eigentlich der bohrer besser wäre erstmal ne für den anfang naja komm wir bauen erstmal den greifhakenarm zwei erweiterte kabelsätze brauchen wir dafür so aha noch ein chip dann brauchen wir noch mal kupferdraht äh eine tischkorallenprobe zwei stück so okay zweimal gold das ist nicht dein ernst ich hab zwei chips da wir brauchen dreimal gold nee oh man blödes gold upsala grad mal voll in die motte gecrasht äh das ist kalkstein das ist auch kalkstein braucht die komischen runden dinger diese runden steine basalt brauchen wir eh nach hause das ist auch auf dem das ist auch auf dem das ist auch auf dem Vielleicht sollte ich bei Gelegenheit auch mal wieder die Motte reparieren. Jetzt sind wir hier vor der Aurora. Ich werde bescheuert. Ich finde alles, nur keinen Basalt. Jetzt dümpeln wir hier halt. Also, der ist ein normaler Stein. Können wir nicht gebrauchen. Ob wir hier irgendwas finden? Wirklich überzeugt bin ich davon noch nicht. Huch, wo geht es denn da hin? Uiuiuiuiui. Steil bergab geht es da. Da. So, mit ein bisschen Glück. Na toll, Silber. Warum sollte ich auch Glück haben? Mann, 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 ey. Ich finde nichts. Ich finde kein Gold mehr. Ich habe gar kein Glück mehr im Leben. Ich kann ja nicht wahr sein, ey.